Oh, bonjour, bonjour, mes amis. Oh, oui, oui. Wir sind hier in Galaxion Fire 2. Wo sind wir? Was ist passiert? Ganz ruhig, Carla. Das war unsere erste Reise durch ein Wurmloch. Wir sind nicht mehr in Sahin. Ja, man. Unglaublich. Das muss das Void-System sein. Und da? Sieht aus wie eine Art Mutterschiff. Ja. Äh, wie mir gerade weggenommen wurde zum Sagen, sind wir hier im Void-System. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir diese Mission erleben, da ich die schon mehrmals gesperrt gespielt habe. Ich weiß nicht, ob ich das Wurmloch versuche. Nein. Aber wir wissen noch gar nicht, wo es hinführt. Und es schließt sich. Oh. Schneller. 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 Wir stehen unter... Hallo. Könntest du den mal auswählen? Boah. Ja. Boah. Mit der Waffe, wir können es vergessen. Ich sag's euch. Obwohl ich so viel noch gespielt habe im Singleplayer. Ja. Also ohne Aufnahme-Mode. Wie man gerade gar nicht... AAAAAAAA! AAAAAAA! MACHT MICHT IS AGGRESSIV, WEN DER WECKFIEGT! kommst du ja genau so als nächstes du du bist mein nächstes ziel ja nein ihr müsst vor mir bleiben ich muss euch doch töten ihr könnt nicht hinter mir rumfliegen habt ihr noch nicht mal markiert und schießen dauernd ab schaut euch die pussys an ein prozent ja genau so will ich das auch scheiße online ist der gespawnt mein gott schaffen wir das vor das wäre wahnsinn wenn wir das jetzt hier rausschaffen könntest du den jetzt mal auswählen bitte ja der ist genau da wo wir lang müssen jetzt stirbt 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 ja so und jetzt aber schnell weg hier was so dass das wurmloch und nein ich glaube dass wir gleich zu geht da rechts irgendwo auf ich war schon so oft hier drin und ich sag's euch jetzt ist einfach nur kacke hier und das schlimme ist ich kann nicht gas geben schneller geht es nicht auch toll einmal über die ganze voidbasis weg wo ich kann kotzen gibt gas wo kommen wir hier lebend wieder raus ja toll boah wenigstens ist erst nur einer äh halt stopp ich würde gerne gucken wie ich mich frei umschauen kann autopilot ansichtsmenü von das gibt's doch nicht an sich t nein wort was was das war jetzt so unnötig für schiff ok der ist noch weit genug weg das können wir sogar schaffen die weg 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 nein du gehst jetzt nicht zu du gehst jetzt you should not close schneller nein willst du mich verarschen ach komm weg 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 ja weg genau du geh weg ach komm hat es schafft mir nicht macht sich das so mein gott einfach vor meiner nase haben die das nicht gesehen dass ich vielleicht auch noch raus will solche pissoren ich glaub's ja machen die einfach das tor zu die cheater nur weil ich sowas nicht kann haha bald kann ich es auch das kann ich sagen kardor antrieb wird das heißen so man macht er vor mir das ding zu jetzt wähl den mal aus danke jetzt go 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 jetzt kommt es schafft mir was zum teufel leckt es hier so ja das ist nächste fliege ich gerade rückwärts nein raus hier mama ich komm nach hause kann es sein dass ich mich nicht bewegt doch jetzt go yes ja wunderschön wir haben es geschafft meine lieben ich habe das ungefähr acht mal versucht jetzt kann man noch so piraten wollen nämlich verarschen wir sind zurück tja achtung hartnäckiges pack langsam wir müssen sie abschütteln sie dürfen uns auf keinen fall bis nach teinum folgen teinum was ist teinum das ist sah hier wie wärs wenn ich einfach in die boah was tue ich 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 oh ich will das nicht nochmal spielen wenn ich jetzt sterbe muss ich das nochmal spielen muss ich es nochmal versuchen und ihr wisst wie asozial diese nein ah ah falsche taste richtige taste ah gib Gas go 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 so boah macht es halt wieder viel spaß wunderschön deswegen liebe ich dieses spiel diese oh ich kann durch die raum willst du mich verarschen willst du mich verarschen ich muss die ernsthaft töten oh okay das sollte auch kein problem sein so du auto komm mal her halt stopp so piep stirb pu 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 so weich mir den mal schnell aus hinter mir zuck wie ein hase immer schön im zick zack oh jetzt hat der ich glaub's ja schau diese diese boah voids hey ist ja noch schlimmer als vogonen ja guck da kommt er wieder und jetzt stirb ja imax style wupp 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 stirb ja genau du ja du komm nur her ich seh dein schiff ja ja genau tschüss tschüss komm komm geh weg kommst du her nein ja nein doch eigentlich na 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 wär's gut uhuhuhuhu wo ist jetzt das da ist es sammeln wir noch das zeug ein weil das können wir ganz schön teuer verkaufen es ist richtig viel geld wert ah da bei diesem punkt den sieht man ja fast gar nicht so komm mal mit zack aber erstmal nach sahi oh was für eine aufregung ich sag's euch ich sag's euch hui ist aber schön hier alien hunter mehr als 5 tonnen alien über das der gesammelt om nom nom oh das gefällt mir hier boah ich war lang nicht mehr bei den nivellianern ui 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 ich hab mir die space launch von denen an alter sind die fette ich habe da etwas das sie interessieren könnte der will uns essen geben nein haben sie eine minute nein warengeschäfte sind eine sichere sache brauchen sie ein paar leute мос äh für 3000 kann man eigentlich nicht nein sagen äh neun kann man nicht nein sagen nein warum habe ich so viel geld oh hui ja okay es ist noch ein bisschen failig Ja, wunderschöne Waffen. Wir brauchen mal ein neues Schiff, meine Lieben. Oh, Heroic Pro Scan, der ist so geil. Schaut euch mal den Preis an, der ist teurer als manches Schiff. Hui, 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 hui. Sidesuspenser, damit können wir uns unsichtbar machen. Das ist richtig geil. Ja, wie Alien, über das sind nur 200. Das ist ja langweilig, 200 ist ja... Aber damit konnte man gut so Sachen craften, naja. So, Mission. Ich bin gerade auf dem Weg nach Thynom, Lage ansehen. Achso, Wolf Riser. Okay. Würde ich mal sagen, düsen wir wieder zurück und wir haben wieder Zeit zum Raiden. Das ist für mich auch mehr so ein Let's Talk und nebenbei so ein Let's Play, meiner Meinung nach. Und, oah. Ja, okay, es ist mehr Let's Play als Let's Talk. Egal. Juhu. Ich kann mich auch nicht entscheiden, was ich will. Was ich auf jeden Fall tun werde, wenn wir irgendwelche Fragen zum Beantworten haben und so, wird im Hintergrund Aufzeichnungen von Galaxy und VR 2 laufen, wie ich zum Beispiel kleine Missionen und sowas mache. Ah, 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 geh weg. Danke. Na, wen haben wir denn da? Ein Pirat. Wunderschönes Schiff haben sie da, Herr Pirat. Go. Piraten sind auch so kleine Pussis. Fliegen einfach weg. Boah, ist ja schnell. Was ich auch geil finde, ich kann Feinden Schaden machen, aber Siemen, also der Feind, nicht Verbündeten, kann ich Schaden machen, aber Siemen nicht. Und für mich ist die Musik schon wieder viel zu laut. Viel zu laut. Hm, lass mir überlegen. So. Hoffe ich mal nicht, dass das jetzt in der Aufnahme so war, dass man mich nicht versteht. Scheiße, das könnte gut sein. Egal. Ich muss mich mal kurz konzentrieren hier. So, Konzentration vorbei. Hat er was geladen gehabt? Ja, gib, 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 gib. Ah, neun Tonnen einfache Nahrung. Und wir wollen zu unserem Ziel nach Kappa. Gut. Blink, blink, blink. Ich finde es auch so geil, dass jede Rasse, könnte man sagen, hat ein anderes Sprungtor. Wir sind jetzt, glaube ich, in der achten Aufnahme, Folge, gell, achte Folge. Sieben, acht, ja, doch. Sieben, acht, gute Nacht. Lol, was ist das? Boah, guckt euch das an. Wie episch. Ah, ein Fight zwischen Wosk und Nivellianern. Boah, und das große Kampfschiff in Action. Gebt euch das. Epic. Warte mal. Wupp. Noch epischer. Nein. So. Wir lassen die beiden hier nochmal ein bisschen spielen und düsen hier. Nein. Ja. Zum Disco-Sprung-Tor. Und ehrlich gesagt, ich mag die Wosk lieber, weil die haben richtig geile grüne Schiffe. Und ich mag grünen, wie man, glaube ich, mittlerweile weiß. Ja. Aber sonst, ich freue mich schon auf Weihnachten drum. Da werden wir dann wahrscheinlich nach aktuellem Stand euch auf den Minecraft-Server lassen, aber nur Premium-Accounts, also keine Cracks. Weil wir wollen Mojang unterstützen, also, naja, unterstützen direkt nicht, aber wir wollen keine Crack-Sachen unterstützen, auch nicht dieses Test-Versions-Zeug. Wir wollen Premium. Die Leute, die für Minecraft gezahlt haben, weil Minecraft ist das Geld mehr als wert. Ich hätte Minecraft wahrscheinlich auch gekauft für 50 Euro, weil, also jetzt im Nachhinein. Es ist zwar echt viel Geld, aber es ist es wert. Auf jeden Fall. So. Mir gefällt der Sound auch. Und hier die Welt sieht voll gut aus. So, so grün. Ja. Ja. Nein. Back. Wrong. Ja. Ja. Äh, sehr... Gott sei Dank, wir sind weg. Ich muss mich sofort an die Tests setzen. Okay. Ich bin inzwischen in der Lounge und teste die Drinks. Zwei Tage später. Oh, jetzt kommt's. Achtung. Um Himmels Willen, Keith. Waren Sie zwei Tage in der Bar? Stellen Sie den Drink weg. Sie müssen nochmal zurück ins Void-System. Sofort. Oh nein. Da fällt mir gleich die Send-Jeder. Ich bin froh sein, dass wir da rausgekommen sind. Es ist wichtig, Keith. Wir kennen jetzt den Weg in Ihre Welt. Das müssen wir nutzen. Mein Team hat eine Sonde entwickelt, die das Mutterschiff analysieren kann. Und ich soll die Sonde absetzen. Das ist nicht gerade eine Vergnügungsfahrt. Es sei denn, Sie kommen wieder mit. Diesmal nicht tun mir leid. Ich muss die Wrackteile auswerten. Fliegen Sie nach Dima in das System Pescal Inarto. Dort sind Wolk gesichtet worden. Die Chancen stehen gut, ein Wurmloch zu erwischen. Okay, unter einer Bedingung. Wenn ich da lebend rauskomme, haben wir zwei ein Date. Ich schätze, das ist ein angemessener Preis für die Rettung der Galaxis. Sie hat grüne Augen. Abgemacht. Abgemacht. Der hat doch so gelitten. Warum trinkt der so viel? Hier, Kinder nix trinken. Böse. Auch nicht, wenn ihr älter seid. Ich trink wenig. Ich bin Bayer, ich darf das. So, weg damit. Das einzig war das sowieso Bier. Es gibt nix anderes. Achso, und Cappuccino. Habe ich mir so einen ganzen Pott jetzt vor der Aufnahme gemacht. Fast einen halben Liter in mich reingekippt. Cappuccino. Weil draußen ist es so kalt und der Schnee. Ich hasse Schnee. Ich habe da etwas, das Sie interessieren könnte. Nein. Ich habe etwas ganz Besonderes für Sie. Ehrlich gesagt, ich glaube, wir beenden hier diese Folge. Oder ich hoffe vielleicht sogar mit der Aufnahme. Kurzzeit. Ja doch, ich werde uns jetzt mal ein bisschen Geld verdienen. Ein bisschen Offscreen, damit wir uns endlich mal ein neues Schiff leisten können. Weil das kotzt mich doch an, dass wir gerade mal 55.000 haben. Ich gucke mal. Ich habe da schon so ein Schiff im Visier, was ich sehr gerne mag. Und mit dem wir auch extrem lange spielen können, weil es gut ist. Und irgendwann haben wir unsere eigene Raumstation. Wenn das Plugin dazu kommt. Blablabla. Und ich würde mal sagen, danke für aktuell 555 Abonnenten. Ich hoffe, ihr habt Spaß in unseren Videos. Wir sind auf Facebook zu finden. Auf Twitter zu finden. Und in Minecraft spielen wir auf dem Server cube-nation.de. Wollte ich nur mal gesagt haben. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Und ich hoffe, bei euch schneid es nicht zu viel und ihr friert nicht. Oder ihr mögt Schnee und dann wünsche ich euch viel Spaß im Schnee. Aber ich nicht. Ha. So, speichern wir das hier mal. Wir spielen schon 2 Stunden und 42. Oh, und ich werde schon wieder krank. Verrückt. So, gute Nacht, meine Lieben. Tschüss.